Hallöchen! Ich habe heute meinen Lesemonat vom Februar für euch und das geht jetzt ein bisschen zügiger und nicht so verspätet wie der Lesemonat vom Januar. Wenn ihr den aber noch nicht gesehen habt, dann guckt doch mal hinter dem i, dann findet ihr den Lesemonat vom Januar auch nochmal. Wir beginnen mal gleich mit den Büchern. Es sind ein paar wenige geworden und zwar unter anderem von Raquel Palacio Wunder. Dieses Buch kennt bestimmt mittlerweile schon jeder oder hat schon jeder davon gehört. Es geht um August und August ist seit Geburt an ein Stück weit missgestaltet im Gesicht. Das heißt, sein Gesicht schaut nicht aus wie das eines normalen Kindes. Er findet aber im Laufe dieses Buches, was ich sehr schön finde, einen guten Umgang damit umzugehen in Bezug auf andere Kinder. Denn er soll plötzlich auf eine andere, also auf eine richtige Schule gehen. Er wurde bisher zu Hause unterrichtet von seiner Mutter. Und das hat sowohl Zweifel der Eltern als auch der Schwester, die ihn gern beschützt und behütet, als auch von ihm selbst deutliche, er fordert viel von ihm heraus, damit er an sich wächst und an sich arbeitet und eben sich damit konfrontiert sieht, wie andere auf ihn reagieren. Und ich glaube, wir kennen alle so dieses Phänomen, wie gemein Kinder sein können, weil die manchmal einfach echt ehrlich sind und einfach das sagen, was sie denken. Und das passiert hier eben auch darin. Und es ist eine wunderschöne erzählte Geschichte. Es ist genau richtig. Es ist genug Infos, genug, was man mitkriegt. Und es ist wunderschön, immer mal wieder einen Perspektivwechsel drin zu haben. Von August selber, aber auch von einer Freundin, die er findet, von der Schwester, von dem Freund der Schwester. Aber ja, ich finde ein wunderschönes Buch und ich muss sagen, hinten drauf steht, dass es einen zum Weinen bringt. Ich fand es am Schluss, es hatte genau das richtige Ende irgendwie. Und es war sehr, sehr schön, aber tatsächlich hat es mich nicht komplett zum Weinen gebracht. Also zwischendurch fand ich es richtig, richtig toll. Und es ist auf jeden Fall ein Buch, das mich noch lange in Gedanken begleitet, denn es war einfach phänomenal gut. Ja, einfach wundervoll erzählt. Eine sehr, sehr schöne Geschichte über einen starken Jungen. Und ja, deswegen lest sie ruhig. Ich finde, da braucht man keine Angst davor haben. Denn wir finden uns alle so ein bisschen wider. Auch wenn man uns selbst vielleicht nicht immer alles ansieht, dass wir uns vielleicht mit uns selbst nicht wohlfühlen oder nicht genug Selbstbewusstsein haben. Ihm sieht man in dem Sinne etwas an und darauf reagieren die Menschen. Und manchmal, glaube ich, wäre es nicht verkehrt, wenn wir selber ein bisschen mehr von uns zeigen würden. Da wir eben manches nicht so direkt im Gesicht tragen. Den Film zu dem Buch habe ich noch nicht gesehen. Das war nämlich die Idee dahinter, das Buch zu lesen und dann den Film anzuschauen. Im Moment bin ich mir noch nicht sicher, ob ich den Film sehen möchte. Deswegen, ja, ist der Film noch nicht gesehen. Schreibt mir doch gerne, wenn ihr den Film kennt, ob der lohnenswert ist, ob der sehenswert ist. Und dann überlege ich mir nochmal, ob ich da reingehen werde. Es geht weiter mit einem Buch bzw. einem Autor. Und ich kann den Autor wieder mal nicht richtig aussprechen. Buthadesa Bush, das Mädchen meines Herzens. Ein Buch, das vielleicht noch keiner von euch kennt, würde mich ein bisschen überraschen. Weil ich finde, das ist irgendwie ein Buch, das habe ich noch nie irgendwo anders gesehen, noch nichts darüber gehört. Heißt jetzt nicht, dass ich jedes Buch der Welt kenne, aber ja, es hat mich etwas überrascht. Und zwar hat es, ich müsste jetzt selber nachgucken, entweder auf dem Bücherflohmarkt Abendberg oder auf dem AEG-Gelände. Von einem von beiden habe ich es mitgenommen und, ja, bin sehr glücklich darüber. Denn es war ein sehr schönes Buch. Ich habe einfach dazu gegriffen, es ist ganz dünn. Und es hat mich einfach angesprochen. Ich lag auf meinem Bett, habe auf meine Bücher geguckt und habe mir gedacht, hm, welches Buch lese ich denn? Ach, eigentlich, ich könnte mal an meinen angefangenen Büchern weiterlesen. Und habe das zur Hand genommen und schwupps die Wupps gelesen. Es dreht sich um vier Männer, die sitzen nachts an einem Bahnhof und warten darauf, dass sie am nächsten Morgen weiterfahren können. Es ist ziemlich kalt und die haben sich in so einen, ja, so einen kleinen Raum, so einen, irgendwie zusammengerauft und, ja, sitzen da und schweigen sich an. Bis dann einer anfängt. Und reihum erzählen sie dann alle die, ihre Geschichte über die Liebe. Das heißt, über die Liebe, die ihnen besonders nahe gegangen ist, die sie sich besonders gemerkt haben, vielleicht die Jugendliebe. Und jeder erzählt auf seine eigene Art und Weise, mit eigenem Fokus auf verschiedene Dinge. Und jeder, ja, es steht hier so schön zeitlos, elegant und mit einem Hauch Melancholie, lässt Buta Desa Bosch in vier Varianten die magische Zeit des Verliebtseins fest, hält in vier Varianten die magische Zeit des Verliebtseins fest und entführt uns in unser eigenes Herz. Ich muss schon sagen, es hat mich schon sehr berührt. Es ist eine ganz andere Art des Geschichte-Erzählens, des Liebe-Erzählens, des, ja, einfach auch gesellschaftlicher Umgang, kulturelle Dinge. Es ist ganz anders. Denn der Autor ist selbst Bengale und er ist neben Rabindranath Tagore ist er einer der wichtigsten bengalischen Autoren des 20. Jahrhunderts. Und er hat verschiedene Sachen geschrieben und diese Ausgabe ist schon 1951 in Kalkutta das erste Mal erschienen. Auf Deutsch, beziehungsweise auch vorher auf Englisch, deutlich später erst. Und ich finde, es erzählt so ein bisschen aus einer Zeit, aus der es eben nicht darum geht, man lernt sich über Tinder kennen, tauscht sich über Facebook aus oder twittert, sondern es ist vom Gefühl her noch so eine pure, reine Form von sich kennenlernen, von auf dem Land, von Kommunikation, von was für eine Rolle spielt die Familie, wo wächst man auf, in welchem sozialen Gefüge lebt man, wie ist so die Beschaffenheit des Freundeskreises, was macht man in seiner Freizeit. Und das ist irgendwie, ja, ganz besonders und besonders schön erzählt. Und ich fand es sehr zu Herzen gehend. Und jede Geschichte, wie gesagt, hatte auch seine eigene Sprache. Und ich fand auch sehr schön, dass einfach auch mal die Namen wieder andere waren und es nicht eine Lisa, ein Ben und ein August waren, sondern ganz eigene Namen, ganz eigene Personen. Und ich finde, man merkt schon auch, dass es einfach aus einem ganz anderen Teil der Welt stammt. Und ich finde es sehr spannend, auch aus anderen Teilen der Welt mal was zu lesen. Da bin ich nicht so, bisher nicht so weit damit, aber irgendwie hat mich das jetzt sehr gereizt. Und ich möchte vielleicht noch mehr von dem Autor lesen oder auch von dem anderen Autor und mich so ein bisschen verzaubern lassen, auch von anderen Kulturen und Gegenden und Autoren. Kann ich euch also nur ans Herz legen. Also guckt euch das bitte mal an. Ich finde, ein richtig tolles Buch. Gerade über die Liebe ohne Kitsch, ohne Hollywood, ohne Blockbuster. Richtig toll. Dann halte ich mal das hier hoch. Das ist die Hülle, die wunderschöne Hülle, wie ich finde, von meinem Tolino. Und zwar habe ich auf meinem Tolino zwei Dinge gelesen. Einen E-Short, einen kostenlosen von der wundervollen Adriana Popescu. Schöne Grüße vom Mond hieß das Ganze. Und war quasi ein kleiner Einblick und ein kleines Kennenlernen von Charakteren aus ihrem neuen Jugendroman, der im März erscheint. Das Ganze heißt dann Mein Sommer auf dem Mond. Und ich freue mich riesig auf die Geschichte. Also ich bin richtig kribberlich und sehnsüchtig danach. Ich möchte unbedingt das Buch lesen. Und ich weiß jetzt schon, es wird schwierig werden, sich zu entscheiden, welches Buch ich zuerst lese. Ob das von Adriana Popescu oder das von Anne Freitag. Und ich glaube, das von Anne Freitag kommt wenige Tage, ganz kurz danach erst raus. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie dann der März wird lesetechnisch. Weil ich weiß nicht, ob das mein Herz verkraftet mit so viel Aufregung. Auf jeden Fall habe ich auf meinem Tolino diesen E-Short eben gelesen. Wir lernen Fritzi kennen. Und ich möchte gar nicht besonders was dazu erzählen, sondern einfach nur sagen, es war wundervoll. Liebe Adriana Popescu, es war wunderwundervoll. Ich kann nur sagen, bitte, bitte weiter so. Und ich freue mich jetzt schon riesig auf das neue Buch. Und ich bin jetzt schon so gespannt. Und also ich hoffe nicht nur, ich weiß es eigentlich fast schon, dass es mir dann bestimmt auch gefallen wird. Und ja, sowas macht glücklich. Muss ich einfach mal sagen. Also so wie ihr kostenloser E-Short zu Paris, du und ich. Paris, Clara und ich. Oder so ähnlich. Genau. Habe ich auch gelesen, obwohl ich Paris, du und ich noch nicht gelesen habe. Und fand ich auch schon richtig toll. Also ich kann nur sagen, du machst es genau richtig. Bitte, bitte weiter so. Und ich vergehe mich jetzt schon in Sehnsucht an das neue Buch, wenn es erscheint und ich es endlich lesen darf. Außerdem habe ich noch auf meinem Tolino gelesen, beziehungsweise endlich, endlich beendet. Das Buch von Julia K. Stein. Liebe kann man nicht googeln. Ich habe es schon mal erwähnt. Ich habe das Buch auf dem Tolino gelesen, weil ich das Cover nicht so besonders mag oder so besonders schön finde. Es tut mir leid, aber ja, mir gefällt eben nicht jedes Cover. Und in diesem Fall hat es vielleicht auch irgendwie gepasst. Also ich habe mich mehr durchgequält, als das gern gelesen. Es ist zwar relativ leicht geschrieben, sodass man es ganz gut lesen kann. Heißt in, nicht Tagebuchform, aber die Protagonistin schreibt einen Blog. Und diese Blog-Einträge liest man dann eben der Reihe nach. Und die sind durchaus auch mal kürzer. Aber ich konnte mich überhaupt nicht damit identifizieren. Es ist so, ich bin kein Riesenfan davon, dass ich sagen muss, okay, ich muss mich super toll mit jedem Protagonisten identifizieren können und mich in den hineinversetzen, bis zum letzten, bis zur Haarspitze. Aber ich konnte mich so gar nicht da reinfinden, denn ich habe den Namen schon wieder vergessen. Die Protagonistin heißt... Ja, gut. Das ist schon mal ein Zeichen dafür. Ich habe mir auch den Namen schon gar nicht gemerkt und das ist noch nicht so lange her, dass ich es beendet habe. Lena schreibt eben diesen Blog. Sie ist eher unzufriedene Journalistin, schreibt für ein Frauenmagazin und ist nicht wirklich begeistert von ihrem Leben, wie das so verläuft, beziehungsweise trennt sich von ihrem langjährigen Freund Carsten. Da Carsten sie bedrückt. So, eigentlich ein guter, ein emanzipierter Schritt nach vorn und in die Zukunft. So, allerdings wird sie dann gekündigt und hat dann eigentlich keinen Job mehr, keine Wohnung und kein Freund. Und für sie bricht da eigentlich die Welt zusammen. Und sie möchte eigentlich das alles ändern und alles anders haben. Heißt, sie versucht sich über diesen Blog so ein bisschen daran festzuhalten an der Idee des Schreibens und das ist grundsätzlich ja nicht verkehrt und teilt da alles mit. Und so, ich finde sie ist aber durchaus öfter mal sehr stimmungslabil und sehr wechselhaft in ihrer Stimmung und auch sehr, ja, also so sehr anders als ich. Also sie bestellt Sachen, obwohl sie kein Geld hat und sie schickt dann Sachen einfach zurück und hat die aber einmal getragen und hat so bestimmte Vorgehensweisen, die ich überhaupt nicht abkann. Also die sind so mir so zuwider und entgegen, dass ich mir denke, so war ich nie und ich glaube auch, so werde ich nie sein. Denn ich habe da so ein anderes Verständnis für die Dinge in unserem Leben und für das Bewusstsein und für den Umgang mit Ressourcen und mit, ich bestelle jetzt nicht tausend Dinge im Internet und schicke alles auch wieder zurück. Ja, deswegen ist es so gar nicht meins und dann finde ich es schwierig, mich da rein zu versetzen und dann diese Protagonisten zu mögen. Und ja, dann kommt, wie es kommen muss, es passiert ziemlich viel, es ist ziemlich viel Chaos in diesem Buch. Es hat mich ansonsten von dem, wie viel da los ist in dem Buch, ein bisschen an Naschmarkt von Anna Koschka erinnert, an die Dotti, aber so richtig packen, wie gesagt, konnte es mich nicht. Und das finde ich zwar schade, aber das ist nun mal in dem Fall so. Und also wenn ihr mehr so tickt wie ich, dann kann ich es euch nicht empfehlen. Wenn ihr sagt, doch, so ein richtiger Frauenroman, so ein richtig, vielleicht auch eher leicht, eher für den Sommer, kann man vielleicht durchfliegen am Strand nebenbei lesen und muss nicht jetzt sich alles haarklein genau merken. Ja, dann kann man das lesen, aber mich konnte es eben nicht besonders überzeugen. Leider. Ja, ich werde aber definitiv noch andere Titel von Julia Karstein ausprobieren, denn ich finde sie sehr inspirierend und ich finde, was sie so auf Instagram immer mal wieder an Beiträgen hat, finde ich super und ich finde auch, ja, sie ist mir auch so grundsätzlich eher sympathisch als Autorin, als Frau und deswegen werde ich definitiv noch mal zu einem Titel von ihr greifen. Aber wie gesagt, der Herr konnte mich dann eben nicht überzeugen. Als letzten Titel am letzten Tag des Februars beendet von Paolo Giordano, Schwarz und Weiß. Ja, warum habe ich dieses Buch und warum habe ich es gelesen? Ich weiß es nicht genau. Ich habe dieses Buch natürlich mir gekauft, weil mir das erste Buch, das ich von Paolo Giordano gelesen habe, so gut gefallen hat. Das war die Einsamkeit der Primzahlen und das Buch und der Film haben mich komplett umgehauen. Ich weiß jetzt noch, was für ein Gefühl ich dabei hatte und ich kriege gerade bei dem Gedanken daran schon wieder völlige Gänsehaut überall am Körper, weil es einfach ein unglaublich gutes Buch ist und ja, dieses Buch eine ganz eigene Atmosphäre hat. Und gerade dieses ganz eigene, für mich ganz speziell, habe ich noch nie bei einem anderen Buch erlebt, bei einem anderen Autoren erlebt. Das habe ich mir erhofft, dass ich das hier auch finde. Denn immerhin ist es der gleiche Autor und ich dachte mir, das wird doch wohl auch ein schönes Buch sein. Ja, es ist auch grundsätzlich ein schönes Buch und es ist auch nett zu lesen, dennoch ganz, ganz anders. Also es hat eine düstere Komponente, die ich eher unangenehm fand. Das heißt, es geht, also grobe Geschichte, es geht um Nora und ihren Mann. Hat der Mann einen Namen? Nein, ich glaube nicht. Das Ganze wird nämlich eher aus der Sicht des Mannes erzählt. Und die sind beide, arbeiten eigentlich beide, aber Nora wird dann schwanger und darf sich dann auch lange nicht bewegen. Also sie hat in dem Sinne eine, wie nennt man das? Das ist eine Risikoschwangerschaft. Genau. Und damit eben die Früh, die Frühen, die Wehen nicht zu früh einsetzen, so rum, deswegen soll sie sich ausruhen und schonen und darf das Bett eigentlich nicht verlassen. Als Lösung kommt dann ihnen Babette zu Hilfe. Babette heißt eigentlich gar nicht Babette, sondern sie wird im Buch hier drin abwechselnd Babette genannt, was eigentlich nur ein Spitzname ist oder ein erfundener Name für sie. Oder ein Rufname. Sie heißt eigentlich Signora A. Und Signora A ist eine schon ältere Frau, die verwitwet ist und die eben dann den Haushalt macht bei den beiden und sich um Nora kümmert und dann auch nach der Geburt des Kindes, also Emanuele ist der Sohn der beiden, auch um den Sohn kümmert, also als Kinderfrau. Es ist ein bisschen schwierig zu erklären. Also ich finde die Beziehung von, die Ehe von Nora und ihrem Mann ist eher immer mal etwas schwierig. Zumindest wird nie so richtig klar. Keine klaren Standpunkte werden klar von beiden. Es herrscht so eine gewisse Distanz zwischen allen Protagonisten, finde ich. Und auch so ein gewisses, also mir fehlt auch so ein familiäres Gemütlichkeitsgefühl darin, wenn es um die Familie geht und wenn es auch um den Sohn geht. Und Babette ist so eine ganz eigene Figur. Die wird hier sehr, sehr groß beschrieben, sehr, also sehr viel, sehr ausführlich beschrieben, meine ich. Sie ist nicht besonders groß. Es geht eigentlich, finde ich, darum, dass erzählt wird, wie so eine Frau, die ganz eigen ist und die viele eigenen Dinge mit in dieses Haus bringt und eben ein ganz eigenes Leben hat und was auch vorher schon abgelaufen ist in ihrem Leben, wie diese Frau, diese Kinderfrau, dieser Haushaltshilfe eigentlich so ein Stück weit untergeht. Also Babette, oder Senior A, hat die Diagnose Krebs bekommen, ist schon seit vielen Jahren verwitwet und zieht sich dann darauf hin, auch von der Familie zurück, weil sie ihnen nicht zur Last fallen möchte und weil sie eben nicht möchte, dass die das so alles mitkriegen. Und es wird immer wieder relativ verwirrend in, naja, was heißt verwirrend, es ist schon immer klar, dass es jetzt plötzlich eine andere Situation ist oder dass es eine frühere Situation ist, aber es wird jetzt nicht klar gesagt, vor drei Jahren war es so und so, jetzt heute ist es so und so, sondern einfach bei einem neuen Abschnitt kommt dann ein Zeitsprung rein und dann wird eben mal eben erzählt, ein bestimmter Charakterzug von einem, so ein bisschen, wie hat sich der entwickelt oder ist der entstanden und dann kommt ein Zeitsprung und dann als plötzlich in der Erziehung oder als der Mann von Babette noch gelebt hat oder als dann Emanuele in den Kindergarten kommt oder, also es sind, ja, in dem Sinne doch immer mal wieder Zeitsprünge drin, die einem nicht immer sofort bewusst sind, wie wäre das denn jetzt chronologisch geordnet. Das macht es aber jetzt nicht schwieriger, sondern einfach nur, wie gesagt, ein bisschen verwirrend. Das Gefühl, das nach dem Buch geblieben ist, ist, dass ich immer noch den Schreibstil außergewöhnlich finde, immer noch die Atmosphäre ist eine ganz eigene, eine ganz besondere, aber mir hat es einfach nicht so sehr gefallen. Also mich konnte es nicht so, nicht so berühren und nicht so reinziehen und einsaugen, wie die Einsamkeit der Primzahlen. Und ich bin sehr gespannt, es gibt noch ein Buch, das heißt Der menschliche Körper, ja, von Paolo Giordano. Da geht es dann um den Afghanistan-Krieg. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich das lesen möchte. Ich finde aber, der kurze Text, der hier hinten drin steht, der hat mich schon sehr angesprochen und könnte durchaus sein, dass ich es dazu noch greife. Und ich war sehr überrascht, vorne drin steht, der Autor, ich hätte den ja auf, keine Ahnung was geschätzt, aber der Autor ist 1982 in Turin auf die Welt gekommen. Das heißt, so arg viel älter als ich ist er jetzt gar nicht. Deswegen kann da auch durchaus noch einiges kommen. Was steht denn hier noch so drin? Der große Reiz liegt in der kontrollierten Kürze, in der Beschränkung auf einige Momente, in denen sich Leben und Tod begegnen. Das beschreibt es schon sehr gut. Eine Hommage an eine wunderbare Figur und eines der schönsten Bücher der letzten Jahre. Ein großartiges Buch über die Kraft der Gefühle, das Leben als Paar und die Wärme der Menschen. Das, finde ich, trifft zum Beispiel gar nicht zu. Also, es ist ein großartiges Buch, ja, aber über die Kraft der Gefühle würde ich weniger behaupten. Das Leben als Paar, ja, das wird beschrieben, aber in, wie gesagt, sehr distanzierter, sehr kalter Atmosphäre und Wärme der Menschen finde ich überhaupt nicht. Nein. Ich finde, es kommt immer wieder heraus, dass eben Babettes einen sehr guten Draht zu allen hat und irgendwo das ganze Gefüge von dieser Familie zusammenhält. Das kommt raus, aber Wärme, finde ich, ist da nicht wirklich dabei. Wie von einem magischen Seismografen aufgezeichnet, eine feinfühlige Liebesgeschichte über die vielen Formen des Verlassens. Ja, das trifft es tatsächlich schon wieder besser. Denn, egal ob es, ähm, das Verlassen ist von Selbstständigkeit, von Nora, das Verlassen ist, dass man meint, wenn ein Kind zur Welt kommt, das Verlassen einer Frau, die, wie gesagt, diese Familie, eigentlich ein Stück weit ihres neuen Zuhauses, ihrer neuen Familie verlässt, als sie krank wird und ein Stück weit dieses Verlassen von diesem Familiengefühl, das geht wirklich verloren, als eben Babette nicht mehr in dem Haus ist. Viele Gedanken habe ich mir nicht darüber gemacht, aber am Ende wird auch noch das Geheimnis gelüftet, wer denn Signora A ist und ja, was dieses A auf sich hat. Deswegen, wer sich darauf einlassen kann und möchte und den Schreibstil von Paolo Giordano lieben gelernt hat, so wie ich in zum Beispiel die Einsamkeit der Primzahlen, für denjenigen ist es garantiert etwas. Es ist, wie gesagt, nicht fröhlich, nicht munter, es geht eher um eine Krankengeschichte, es geht eher um ein, wie ich finde, düstere, kalte Dinge, kalte Gefühle, aber es ist trotzdem sehr, sehr spannend und ich glaube fast, es wird noch länger in mir nachwirken, als dass es jetzt richtig wirkt. Deswegen bin ich mir da mit all meinen Worten noch gar nicht so final sicher. Gut, das waren die Bücher im Februar und ich muss sagen, ich bin tatsächlich ein bisschen gerade so in einer Mini-Leseflaute und gar nicht so motiviert gerade viele Bücher zu lesen oder weiterzulesen. Ich habe noch einige angefangene Bücher hier, die ich eigentlich weiterlesen würde und gern beenden würde. Ich habe deswegen auch beschlossen, im Moment erstmal keine Bücher zu ziehen aus meinem Glas. Das ist einfach gerade, das passt gerade in mein Leben noch nicht rein. Ich habe jetzt, es hat sich jetzt gerade einiges getan. Ich habe das schon angekündigt im Verstrickten Nummer 2 und habe dort auch angesprochen, dass sich das eben in meinem, in dem Sinne, im Privaten hat sich einiges geändert, aber eben auch im Beruflichen. Und das ist der viel größere Punkt. Das war jetzt nämlich quasi letzte Woche. Genau, letzte Woche. Zum 1. März habe ich eine neue Arbeitsstelle angefangen und ich muss sagen, ich hatte am Tag davor, am 28. Februar, auch die paar Tage vorher schon, ein unglaubliches Magengrummeln und ich war mir so unsicher, ob das die richtige Entscheidung ist. Und ich habe schon in den Tagen schon gemerkt, auch wenn ich die Patienten und die Leute, die Menschen noch gesehen habe, habe ich schon gemerkt, wie sehr ich die vermissen werde. Und das wird nochmal in nächster Zeit stärker werden, das glaube ich sehr und das wird nochmal heftig werden. Und wie ihr vielleicht hört, hat es mich dann dementsprechend auch nochmal erwischt. So quasi zum Ende der einen Arbeitsstelle und Beginn der neuen Arbeitsstelle, ja, hat es mich dann nochmal ein bisschen hier Stimme und Nase alles zugemacht. Und ich freue mich sehr, dass ich die Zeit in meiner bisherigen Arbeitsstelle hatte. Ich freue mich da vor allem darüber, was für tolle Menschen ich kennenlernen durfte, was für tolle Patienten. Für mich waren es vor allem immer Menschen und nicht Patienten. Und ich freue mich auch über diejenigen, die mir gut im Gedächtnis bleiben werden und denen ich hoffentlich auch ein Stück weit weiterhelfen konnte und gut im Gedächtnis bleibe. und ich habe es auch vielen Patienten schon direkt gesagt und viele hatten das selber auch schon auf den Lippen, als sie gegangen sind und ich mich von ihnen verabschieden musste. Und das ist einfach immer die Tatsache, man sieht sich immer zweimal im Leben und ja, irgendwann, irgendwo, im besten Falle nicht unbedingt so, dass es denjenigen schlecht geht und ich als Therapeutin komme. aber wenn es so sein muss, dann eben auch so. Und ja, ich freue mich über die Erinnerungen, die ich habe an diese Zeit und die ich weitertragen werde in meinem Herz und auch sehr freue ich mich über die Zeit, die ich hatte mit den Kolleginnen. Ich kann nur sagen, es ja, es wäre größtenteils immer sehr, sehr schön. Es gibt natürlich auch Zeiten, da ist es einfach stressig und da ist es auch mal so, dass es dem einen nicht gut geht oder dass man sich mal kurz ein bisschen anzieht, aber es war nie was Schlimmes. Wir waren eigentlich immer sehr harmonisch. Deswegen sehr, sehr schön. Wir haben einige Praktikanten auf den Weg gebracht. Wir haben es geschafft, dass ein paar Praktikanten einen Abschluss machen und wir haben glaube ich gute Arbeit geleistet und zumindest gemeinsam und diejenigen werden ja an dieser Stelle auch so weiterarbeiten, da bin ich mir ganz sicher und weiterhin gut für all die Patienten sorgen und ich werde sobald mir die Gelegenheit ist auch alle besuchen kommen, denn ich weiß einfach mir fehlen alle unglaublich und auch dem aktuellen Praktikanten wünsche ich natürlich alles Gute auf diesem Wege hier und dass er seinen Weg macht, dass er alles mitnimmt, alles lernt, was es zu lernen gibt und ja, ich finde das Wichtigste ist eigentlich in Kontakt kommen mit Menschen, sich einlassen auf Menschen und manchmal, auch wenn es gerade am Anfang schwer fällt, sich darauf einzulassen, zu sagen, okay, wie regiere ich jetzt und nicht, ich mache einen kompletten Plan und den ziehe ich dann durch, egal wie es dem Patienten geht, sondern noch besser ist es so ein bisschen darauf zu gucken, wie geht es demjenigen, was braucht er gerade wirklich und darauf zu reagieren. Ich hoffe vielleicht ein bisschen, dass ich auch vermisst werde. Ich kann nur sagen, ich werde alle vermissen und ja, dafür kann ich aber ebenso auch sagen, dass ich mich unglaublich freue an der Stelle, an der ich jetzt bin. ich hatte ziemlich einen Schiss, am 1. März dorthin zu gehen und zu gucken, okay, wer ist denn da das jetzt so, wer arbeitet denn da so, wie sind die alle, wie sind die Räumlichkeiten, komme ich da zurecht mit den Arbeitsabläufen und ich, ich kann nur sagen, ich bin unfassbar dankbar, ich bin unfassbar dankbar, denn ich habe allein in diesen zwei Tagen, die ich dort, gut, mittlerweile sind es dann schon ein paar mehr Tage, ich habe dieses Video schon vorher gedreht, das heißt, zu dem Zeitpunkt jetzt hier, habe ich zwei Tage dort gearbeitet und ich, ja, unfassbar, ich finde es unglaublich schön, wie offen und herzlich ich aufgenommen wurde, mit was für lieben Menschen ich zusammenarbeiten darf und die ich noch kennenlernen darf, noch näher und auch Patienten schon kennengelernt habe, die ich durchaus auch sehr nett finde und es ist natürlich absurd zu meinen, man hätte die tollsten Patienten der Welt in der einen Arbeitsstelle und es gibt keine anderen tollen Menschen an einer anderen Arbeitsstelle, aber genau das ist es und ich habe direkt einfach die Art und Weise, wie dort gearbeitet wird, sehr zu schätzen gelernt und aufgenommen, aufgesogen und mich direkt am zweiten Tag schon so unfassbar darauf gefreut, dass ich wieder hinfahren darf und arbeiten darf und das ist, ja, unglaublich schön ist, so wie ich mich auch jetzt, heute ist Samstag, ich freue mich jetzt schon unfassbar darauf, am Montag wieder arbeiten zu dürfen und dieses Gefühl hatte ich schon lange nicht mehr. Ich habe mich auf einzelne Menschen, auf einzelne Personen und Patienten gefreut, immer, das hat nie aufgehört und es wird auch hoffentlich nie aufhören, dass ich mich für einzelne Menschen gerne aufraffe und sage, doch, ich komme, ich mache Therapie, ich versuche mein Bestes, aber jetzt ist es gerade so, dass ich mich unfassbar darauf freue, dass ich arbeiten darf, dass ich dorthin gehen darf, dass ich weiter arbeiten darf, das ist, ja, für mich gerade der größte Eindruck. Für mich verändert sich insofern auch etwas von meinem Zeitplan und Management, ich habe ein bisschen mehr Zeit jetzt dann und das heißt, dass ich vielleicht doch auch mal noch ein Video mehr oder aufwendiger produzieren kann, würde mich sehr freuen, wenn ich diese Zeit so nutzen kann, das wird sich noch ein bisschen zeigen und noch mehr erzähle ich euch über meinen neuen Arbeitsplatz so ein bisschen das, was ich erzählen kann als auch über einfach das, wie es mir gerade geht in dem neuen Verstrickt-Video und dann ja, schreibt mir doch sehr, sehr gerne, ob ihr da mitmacht und mitstrickt oder ob ihr das sehr angenehm und unterhaltend findet, wenn ich das so stricke und vor mich hin erzähle oder ja, wie es euch so geht, ich würde mich einfach freuen, von euch zu hören, wie geht es euch und dann abonniert doch einfach hier oben meinen Kanal, hier unten kommt ihr zum letzten Video und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, bis dahin, schöne, schöne Zeit, lest schöne Bücher, tschüss!